Arctis Bio-Pharma, was ist das genau? Wir sind eine Firma, die Pro- und Präbiotika, also Bakterien, herstellen auf spezielle Kriterien. Das heisst, wir schauen vor allem sehr auf die Sauberkeit der Produkte, dass sie wissenschaftlich fundiert sind und dass das themenbezogen ist. Wenn man Heuschnuppe hat, haben wir Bakterien oder wenn man Sport macht, sind es entzündungshemmende Bakterien. Das sind unsere Spezialgebiete. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei euch ist, und dort hat man ja viele Bakterien, der Darm. Genau, also ohne Darm geht nichts. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Ich war einer der ersten, der mit dem Darm und mit Stuhlanalytik gearbeitet hat und bin dort einmal noch ausgelachen worden. Aber mittlerweile wissen wir alle, und es steht, glaube ich, jeden Tag sogar im Blick, wie wichtig der Darm ist. Man findet jetzt aus der Darm-Hirn-Achse sehr wichtig. Man fragt sich ja schon, was ist wichtiger? Ist der Darm wichtiger oder das Hirn nicht? Oder welches ist jetzt unser Haupthirn, sozusagen? Depressionen, all so Krankheiten, die im Moment unterwegs sind oder die wir viel antreffen, haben halt mit dem Darm zu tun. Und eigentlich ist unser Ziel, dass wir mit unseren Probiotikas, also mit diesen Bakterien, das Milieu wieder korrigieren, dass das wieder so hinkommt, wie sie eigentlich sein sollen. Und dann kann auch unseren Körper wieder schaffen und kann sich selber heilen, wie man so schön sagt. Und das schafft Bio-Pharma von Arctis. Vielen Dank.